Okay. Gut. Die Kinder gehen noch raus. Die haben Ordner, die ihnen helfen. Die Ordner haben schon. Okay. Gut. Wir sind im Buch der Sprüche. Und in Vers 26 von Kapitel 24 steht, die Lippen küsst, wer eine richtige Antwort gibt. Gut. Kurz und knapp und ja erstmal überhaupt, was bedeutet das überhaupt, was soll das heißen. Gehen wir mal zum nächsten über. Es geht darum, dass, um die richtige Antwort. Und wenn man eine richtige Antwort gibt, sagt hier dieser Vers, dann ist das so, dann ist das vergleichbar, wenn man einen Mensch, der sich einem zuwendet und einem sozusagen den Mund hinhält zum Kuss, dass man den dann auch küsst. Mit dem Kuss ist es ja so eine Sache, als Zeichen der Liebe, als einen Ausdruck der Liebe. Und der Kuss auf dem Mund, das ist ja nochmal ein besonderer Kuss. Also wenn, ich bin ja manchmal auch da so ein bisschen verrückt und dann kann es schon mal sein, dass ein Bruder das vielleicht zu spüren kriegt. Und in irgendeiner besonderen Situation vielleicht mal einen Kuss kriegt von mir. Ja, das sind so spezielle Geschichten. Es gibt ja so Grenzen, aber hier geht es tatsächlich um einen Kuss auf den Mund. Ein Ausdruck von wirklich intimer Liebe, tiefer Verbundenheit. Und das ist sozusagen das, was Salomo hier seinem Sohn nahe bringt. Wisst ihr, so, ich weiß nicht, wer von euch bei diesem Gedanken an die richtige Antwort geben, sich verkrampft. Die richtige Antwort ist natürlich die Antwort, die auf die Frage, die gestellt ist, passt. Ja, die diese Frage beantwortet. Die richtige Antwort. Ich weiß nicht, wer sich alles noch so an seine Schulzeit erinnern kann. Vielleicht manche von euch sind ja noch in der Schule. Und wie das so ist, wie sich das so anfühlt, wenn der Lehrer eine Frage stellt und einen aufruft. Du sollst jetzt die richtige Antwort geben. Was geht bei dem Gedanken in dir vor? Verkrampft es sich bei dir? So oft sind wir von Angst geleitet, oder? So oft sind wir von Angst bestimmt. Und gerade wir Deutschen, wir wollen ja alles immer richtig machen und nichts falsch. Bloß nicht das Falsche sagen. Bloß nicht irgendwie das Falsche machen. Dann steht man dann da, belemmert und beömmelt und ist irgendwie, kriegt Ärger, wird zusammengeschissen. Was weiß ich, was einen da alles umtreibt. Die Angst vor der Schande. Ich habe nicht die richtige Antwort gegeben. Was macht aber Salomo? Er macht seinem Sohn Mut und sagt, hey, es ist sowas Wunderbares, eine Antwort zu geben. Die richtige Antwort zu geben, das ist wie ein Kuss. Derjenige, der dich fragt, der meint es nicht böse mit dir, sondern der möchte eigentlich dich küssen. Der möchte eine Einheit erreichen. Er möchte, und das, klar, ihr dürft da nicht zu weit gehen in euren Gedanken. Es ist ein Gleichnis, es ist ein Bild, okay? Es geht hier um das Bild. Wenn auf eine Frage die richtige Antwort kommt, dann ist das etwas Wunderschönes, etwas Wunderbares. Etwas, was man genießen kann. Wo der Fragende und der Antwortende zusammenkommen. Wo Einheit entsteht. Da ist Freude da, für den Fragenden und für den Antwortenden. Also, es wird hier nicht mit der Angst gearbeitet, gib bloß nicht die falsche Antwort, sonst, sondern gib die richtige Antwort und es ist wie ein Kuss. Die richtige Antwort ist hier, das Wort richtig kann auch übersetzt werden mit gerade, geradeaus. Neudeutsch würde man sagen straight. Ja, eine straighte Antwort. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet das, was Johannes beschreibt mit der Gemeinschaft im Licht. Und was Paulus meint, wenn er sagt, redet, lasst uns miteinander die Wahrheit reden. Einer mit dem anderen. Keine Spielchen. Nicht irgendwie, na, mit deiner Antwort diplomatisch drumrum eiern. Sag es geradeaus. Vielleicht ist es dann nicht die richtige Antwort im Sinne von, ja, die Aufgabe wurde gestellt und die Antwort war die Lösung der Aufgabe. Vielleicht ist es das Eingeständnis, ich kann die Aufgabe nicht lösen. Das ist eine Antwort, mit der man arbeiten kann. Also, ich bin ja Lehrer gewesen. Das ist eine Antwort, mit der du arbeiten kannst. Wenn einer aber dann anfängt rumzueiern und versucht mit Ausflüchten und mit langen, breiten Erklärungen zu verschleiern, dass er nichts darauf antworten kann, auf die Frage, das ist richtig nervig, richtig eklig, richtig bescheuert. Und, wisst ihr, und unser Gott, eine Sache, die ist ihm richtig zuwider, Heuchelei. Er wünscht sich eine Antwort, die geradeaus ist. Straight. Klar. Wenn wir Gemeinschaft im Licht haben, wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Da ist die Möglichkeit da, dass Gott uns unsere Fehler, von unseren Fehlern reinigt, von unseren Sünden reinigt. Da ist die Möglichkeit, wo du dazulernen kannst, wo du wachsen kannst, wenn du im Licht wandelst, wenn du straight antwortest. Wenn wir in der Wahrheit wandeln, wenn wir die Wahrheit reden, dann ist die Möglichkeit da, dass Heilung und Heil entsteht in uns und unter uns. Dann entsteht wahre Gemeinschaft. Ja, die Lippen küssen sich. Und am Ende geht es um Gott, Geschwister. Es geht darum, dass Gott einen Impuls gibt, uns einen Impuls gibt und wir darauf antworten sollen. Wir nehmen mal hier ein negatives Beispiel als erstes, damit wir uns später dem Positiven zuwenden können. Ein negatives Beispiel. Wisst ihr, da hat Gott seinen Mund zu einem Kuss sozusagen hingeneigt und einer hat ja rumgeeiert wie nur was und das ganze Gespräch ist nicht unbedingt zu einem Kuss geworden. Wenn du 2. Mose 3 und 4 dir anschaust, 2. Mose 3 und 4 Gott kommt zu Mose. Das ist sein Impuls. Er kommt zu Mose. Er begegnet Mose. Er streckt sich aus zu Mose. Er möchte Mose rufen und berufen. Er hat einen Impuls für ihn. Hey, Mose! Und worin besteht dieser Impuls? Dass er ihm offenbart, sein Herz, seine Gedanken. Hey, Mose! Ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Ich sehe ihr Elend. Ich will sie retten. Und du sollst hingehen zum Pharao und ihm das sagen. Und ihr, die meisten von euch kennen die Geschichte, Mose hat immer wieder Einwände. Ja, was soll ich ihnen denn sagen, wie du heißt? Und wenn sie mir dann nicht glauben, was soll ich denn dann machen? Ja, hier hast du Zeichen, die gebe ich dir mit. Da werden sie erkennen, dass ich mit dir bin. Ja, aber ich kann nicht richtig reden. Ja, das merkt man. Also, er kann nicht straight antworten. Ist ja straight, hätte er sagen müssen, einfach zu Gott. Gott, ich habe Angst. Ich schaffe das nicht. Und Gott hat diese Botschaft ja rausgehört in all seinen Einwänden und hat gesagt, ich bin doch mit dir. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Aber trotzdem, irgendwo ist Mose nicht zu der richtigen Antwort durchgedrungen. Die richtige Antwort wäre gewesen, das, was Maria gesagt hat. Die Mutter von Jesus. Als der Engel zu ihr kam und ihr gesagt hat, was Gott vorhat mit ihr, hat sie gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll denn das funktionieren? Und er hat ihr da erklärt, wie das funktioniert und dann hat sie gesagt, okay, der Wille, dass Herrn geschehe. Es soll so geschehen. Ich nehme das an. Ja. Ich sage ja dazu. Ich vertraue dir Gott. Ich glaube dir. Wisst ihr, das ist die Antwort, auf die Gott wartet in unserem Leben. Er gibt uns einen Impuls. Er sendet einen Impuls aus zu uns. Aber Mose kann diese Antwort nicht geben. Was passiert am Ende? Gott macht es dennoch mit Mose. Er zieht es dennoch durch. Aber wenn du dieses Gespräch liest, am Ende wird Gott zornig. Es ist bestimmt kein Kuss, der dabei rausgekommen ist, bei diesem Gespräch. Aber Gott wünscht sich eigentlich vielmehr, nicht, dass er zornig mit uns ist, sondern er möchte uns küssen, wie ein Papa seine Kinder küsst. Er sehnt sich danach, dass wir die richtige Antwort geben. Weil das ist seine Freude. Und das ist dann auch unsere Freude. Und wir genießen es gemeinsam, diese Verbundenheit mit Gott. Ja zu sagen zu Gott und zu dem, was er auf dem Herzen hat. Lass uns eine andere Stelle aufschlagen im Neuen Testament. Eine Stelle, wo wir ein positives Beispiel sehen. Markus Kapitel 12. Und hier scheint es erstmal umgedreht zu sein. Nicht Gott fragt, nicht Jesus fragt, sondern ein Mensch fragt Jesus. Vers 28, Markus 12. Einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Um das jetzt hier zu verstehen, der Hintergrund ist, der, dass Jesus im Tempel ist, dass er, ja und dass die verschiedenen Gruppierungen, die verschiedenen führenden Männer Israels zu Jesus kommen und ihn herausfordern und mit ihm streiten und ihn vorführen wollen, weil er ja so eine populäre Persönlichkeit ist, dass er so viele Menschen ihm zujubeln, ihm zugejubelt haben, als er nach Jerusalem hineingekommen ist. Ja, sie sprechen untereinander über Jesus. Er ist ein Prophet. Ja, vielleicht ist er sogar der Christus. Also, und die führenden Männer, sie sind, sie zweifeln, sie zweifeln das an und sie wollen irgendwie herausfinden dass Jesus nicht der ist, für den die Leute ihn halten. Und deswegen argumentieren und diskutieren sie mit ihm und so waren auch die Priester, die ganzen Priesterfamilien, die Gruppierung der Sadduzeer, wie sie genannt werden, zu ihm gekommen und haben mit ihm über die Auferstehung diskutiert, weil sie nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Und Jesus hat sie im Gegenzug vorgeführt und hat ihnen deutlich gemacht, dass sie die Schriften nicht kennen und auch die Kraft Gottes nicht. Und einer der Schriftgelehrten hatte das gehört und er fand das gut. Hat gedacht, Mensch, der Jesus hat echt was drauf. Also, den will ich mal eine ernsthafte Frage stellen. will man wissen, was so sein Credo ist, das Zentrum seines Denkens so. Und da war für ihn als Schriftgelehrter natürlich die Frage, ja, was ist für dich das Zentrum der Schrift? Da gibt es ja so viele Worte und in der Tora gibt es 613 Gebote und das ist ja unüberschaubar. Was ist denn jetzt da das Wichtigste? Sind die alle gleich wichtig? Muss man da irgendwie wie muss man das Ganze verstehen? Und das war eine Frage, die in der Zeit vielfach Menschen umgetrieben hat und es ging letztendlich darum, Gott zu verstehen. Was ist Gottes Wille? Was ist das Herz Gottes? Worum geht es Gott eigentlich? In all diesen Geboten? Was ist der Kern? Und so fragt er, welches Gebot ist das erste von allen? Und Jesus antwortet ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Jesus nennt hier, zitiert aus der Tora, aus dem fünften Buch Mose 6 Vers 4 und 5 das Glaubensbekenntnis Israels oder das, was zum Glaubensbekenntnis Israels geworden ist und er zitiert aber auch noch ein zweites Gebot und er sagt, er belässt es nicht bei diesem ersten Gebot, er sagt nicht, ja okay, das erste Gebot ist das und das, du hast ja auch nur nach dem ersten Gebot gefragt, Punkt, sondern er sagt, ja aber das zweite ist das und damit sagt er natürlich, diese beiden gehören zusammen, die sind zentral, das ist gleich wichtig, warum, was verbindet denn diese beiden Gebote, das Wort Liebe, lieben, du sollst leben und zwar nicht einfach so, du sollst nicht irgendwie das All lieben, sondern du sollst konkret, deine Liebe soll bezogen sein auf eine Person, nämlich Gott und aber auch auf deine Mitmenschen, es gehört zusammen. Und jetzt kommen wir zu der Antwort des Schriftgelehrten, also Jesus hat geantwortet, der Schriftgelehrte spricht zu ihm, Recht Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet. Hier ist so ein Kuss, zwei Menschen, die im Gespräch sind und miteinander im Austausch sind über eine wichtige Frage und der eine stellt die Frage, der andere antwortet und der Erste sagt, Mensch, richtig und was meint er damit? Ich sehe es auch so. Da sind wir uns ja einig. Das ist ja cool, hier jemanden zu finden, der die Dinge genauso sieht wie ich. Ja, es ist richtig, recht, du hast recht, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm und ihn zu lieben aus ganzem Herz und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da zeigt er sich als ein Priester Gegner sozusagen und fühlt sich eins mit Jesus Ja, Jesus, du hast recht, diese ganzen Opfer und so weiter, ist ja schön und gut, aber die Liebe ist doch viel wichtiger. Da sind wir uns eins. Jetzt ist aber interessant, dass Jesus auch nochmal antwortet und er sagt, oder Markus schreibt hier, als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Was sagt Jesus hier? Sie haben sich, sie sind sich begegnet in dieser Frage, sie haben sich darüber ausgetauscht und haben festgestellt, boah, wir sehen die Dinge ja gleich und Jesus sagt, ja, das sehe ich auch so. Wir stimmen überein und trotzdem gibt es da einen Vorbehalt. Du bist nicht fern, du bist nah am Reich Gottes, aber was fehlt noch? du bist nicht drin, richtig jetzt. Genau. Also diese Antwort hat etwas Ermutigendes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fehlt hier anscheinend auch noch irgendetwas. Ich glaube, dass etwas Wichtiges fehlt, erstens in der Erkenntnis und zweitens etwas, was man in einem Gespräch am Ende nicht, ja, wo man nicht hinkommt wahrscheinlich, ist es dann die Erfahrung und beziehungsweise das Tun. Die Erkenntnis, die fehlt oder die hier noch nicht deutlich ist in diesem Gespräch oder noch nicht deutlich wird, ist etwas, was die ganze Bibel von Anfang bis Ende uns vor Augen führt. Ist das, was Johannes im ersten Johannes Brief Kapitel 4 Vers 19 kurz und knapp sagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ganze Liebesgebot, was hier als höchstes Gebot genannt wird, ist nur unvollständig und unvollkommen, wenn wir außer Acht lassen, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das bedeutet, unsere Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten ist nur eine Antwort auf den Impuls, auf die Frage Gottes. Gott ist in allem zuerst. Wie gesagt, er hat uns zuerst geliebt. Woran kann man das sehen? Das siehst du schon an der Schöpfung. Gott war zuerst da, dann kamen wir. Wir haben uns auch nicht selbst gemacht, sondern Gott hat uns gemacht. Er hat uns Leben gegeben. Ja, noch mehr, er hat eine ganze Welt geschaffen. Wenn du 1. Mose 1 und 2 liest, dann siehst du, wie Gott das Haus vorbereitet, inklusive dem Kinderzimmer, den Garten Eden, schön einrichtet, alles hübsch macht, bevor das Baby dann kommt. So wie wir das machen. So hat Gott das auch gemacht. Hat alles schön vorbereitet und hat dann den Menschen in diesen wunderbaren Garten hineingesetzt. Hat ihm dann auch noch eine wunderbare Frau eine Hilfe an seine Seite gesetzt. Gott hat uns zuerst geliebt, indem dass er uns Leben gegeben hat und alles Gute, was wir brauchen. Er hat uns zuerst geliebt, auch nach dem Sündenfall sehen wir das. Gott schenkt dem Menschen, obwohl er sich so versündigt hat, in seiner Scham er schenkt ihnen Bekleidung. Er bekleidet sie. Er schenkt ihnen Gnadenzeit, obwohl er gesagt hat, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr sterben. Er sagt, okay, ich noch Zeit. Er gibt ihnen ein Evangelium mit, da wird ein Nachkomme der Schlange den Kopf zertreten. Gott hat uns zuerst geliebt. Bei Abraham siehst du das, den Vater des Glaubens. Was hat Abraham gemacht vor 1. Mose 12? Ja, es wird so ein bisschen beschrieben, seine Familiensituation und wie er mit seinem Vater so durch die Gegend gezogen ist und so weiter. In Joshua 24 glaube ich wird gesagt, oder 23 wird gesagt, dass sein Vater ein Götzendiener war. Über Abraham wissen wir aber nichts, bis zu dem Punkt, wo Gott ihn berufen hat. Wir wissen nichts davon, dass er Gott geliebt hätte, in irgendeiner Form. Gott hat ihn zuerst geliebt. Er hat ihn gerufen und hat gesagt, komm, ich will dich segnen. Ich binde mich ganz an dich. Ich will durch dich die ganze Welt segnen. Und ich bleibe treu. Und das sieht man immer wieder. In der ganzen Geschichte Israels wird immer wieder darauf hingewiesen, er tat dies, als wir noch Sünder waren, an unserer Stelle und uns zugute. Für uns. Er hat uns zuerst geliebt. Damit fängt es an. Das ist das, was uns begegnet heute hier. Seine Liebe für uns. Und sie zeigt sich noch in so vielen anderen Dingen. Was heißt das, dass er uns geliebt hat? Was ist denn der Inhalt des Evangeliums? Wie zeigt sich diese Liebe in uns? Paulus sagt hier in Römer 5, ein paar Verse davor, sagt er in Vers 5, in der zweiten Hälfte, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, gegeben worden ist. Diese Liebe Gottes steht erst einmal da, aber du kannst diese Liebe sozusagen nicht empfangen, diese Liebe ist nicht erfahrbar, wenn du dich dafür nicht öffnest, du kannst nicht einen Kuss genießen, wenn du nicht deine eigenen Lippen zu diesem Mund hinfährst. Sonst wäre es eine Vergewaltigung. Und Gott will uns nicht vergewaltigen, er hält seinen Mund hin, um uns zu küssen, um uns seine Liebe zu schenken. Er braucht aber unser Ja. Und was ist unser Ja zuerst einmal? Das ist der Glaube. Ja, ich glaube das. Ich glaube diese Botschaft. Diese Botschaft, dieses Wort, es kommt und öffnet uns die Augen für die Liebe Gottes. Die Botschaft Gottes zeigt uns, dass das Wort Gottes, die Lehre Gottes, das Evangelium, es zeigt uns, hey, da ist ein Gott, der dich liebt, der dich geschaffen hat, der für dich ist, der alles, was zwischen dir und ihm stand, hinweggenommen hat, auf sich, auf seine Kappe genommen hat. Den ganzen Mist, den du gebaut hast, er hat es auf sich genommen und er ist jetzt da, um dich zu lieben. Willst du das? Willst du diesem Gott vertrauen? Möchtest du dein Herz für ihn öffnen? Wenn du es tust, passiert das hier. Die Liebe Gottes wird ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz hinein. Wie wirkt sich das aus? Erstens dadurch, dass das, was Gott gesagt hat, geschieht. Dein Herz wird gereinigt von aller Sünde. Du erfährst Vergebung deiner Sünden. Der Geist Gottes, der hineinkommt in dein Herz, er reinigt dich, sodass du ein Kind Gottes bist, geheiligt. Das steht im ersten Korinther 5. Da zählt er auf, die ganzen Sünden, in denen Menschen so leben und dass sie alle das Reich Gottes nicht erben werden. Und dann sagt er in Vers 11, und das sind ja manche von euch gewesen, das ist Kapitel 6, entschuldigt bitte, Kapitel 6, Vers 11, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, und durch den Geist unseres Gottes. Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen bewirkt folgendes, Reinigung, Heiligung, Rechtfertigung, ihr seid gewaschen, ihr seid gereinigt, ihr seid geheiligt, du bist nicht mehr ein verstoßener Mensch, sondern du bist ein Kind Gottes. Das ist das zweite, was Gottes Geist in uns bewirkt. Die tiefe Gewissheit darum, wer Gott ist und seine Vaterliebe zu uns, die unwandelbar ist. Der Geist in uns bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das bedeutet, du bist angenommen, du bist geliebt, nichts kann dich von dieser Liebe mehr trennen. Gott ist für dich, egal was auch immer gegen dich sein mag. Das ist alles die Auswirkung der Liebe Gottes, wenn sie in unsere Herzen hineingegossen wird. Das passiert in einem Herzen, was zum Glauben gekommen ist, was sich bekehrt hat, von einem gottlosen Leben. Das ist die richtige Antwort, Geschwister, und dann ist es wie ein Kuss, die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist der Kuss. Wunderbar, herrlich. Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und diese Liebe ist es, die uns dann befähigt zu der Antwort, die darüber hinaus geht. Die erste Antwort ist, es im Glauben anzunehmen. Das zweite ist, diese Liebe bewirkt etwas in uns, nämlich, dass wir Gott zurück lieben. Und nichts anderes will Gott. Gott will nicht, dass wir uns abkrampfen und versuchen, ihn zu lieben, ihm wohlgefällig zu leben, ihm irgendwie seine Anerkennung zu finden, ohne Liebe. Paulus sagt in 1. Korinther 13, wenn ich mein Leben hingebe, wenn ich alles machen würde, was gut und richtig ist, aber ich hätte die Liebe nicht, wäre das nichts. Mein Herz muss erfüllt sein mit dieser Liebe. Ich muss den Heiligen Geist so in meinem Herzen haben. Die Liebe Gottes muss ausgegossen sein in mein Herz. Wenn es nicht ist, dann ist alles nur tote Religion. Und deswegen sagt Jesus an die Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2, die erste Gemeinde, der einen Brief schreibt, sagt er, ihr seid eine tolle Gemeinde, ihr macht ja so viel richtig, aber ich habe was gegen euch und das ist zentral. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und er sagt, er kehrt um und tut die ersten Werke. Und was ist das erste Werk? Ist der Glaube. Und alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde, Geschwister. Alles, was nicht aus dem Vertrauen in Gottes Größe, in Gottes Liebe geschieht, ist Sünde. Wir leben in schwierigen Zeiten, Geschwister, Zeiten, wo Jesus gesagt hat, die Liebe wird in vielen erkalten. Und wisst ihr, wen er damit im Blick hatte? Diejenigen, die die Liebe Gottes in sich hatten. Die Liebe wird in vielen erkalten. Wisst ihr, es kommt alles auf die richtige Antwort an. Gott hat uns so sehr geliebt. Wisst ihr, was die richtige Antwort ist? Dass wir diese Liebe in uns aufsaugen. Dass wir uns immer wieder füllen lassen von dieser Liebe. So sagt Paulus es, macht euch nicht voll mit Alkohol, macht euch nicht voll mit den diesen Dingen dieser Welt, lasst euch nicht ablenken, lasst euch nicht füllen von irgendwelchen Dingen, die nur zeitlich sind, sondern füllt euer Herz, füllt euren Mangel mit dem, was wirklich das erfüllt, was ihr in eurem Innersten braucht. Lasst euch erfüllen mit der Liebe Gottes, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Werdet erfüllt, immer wieder neu vom Heiligen Geist, sodass ihr erfüllt seid mit der Liebe Gottes. Und aus diesem Impuls der Liebe Gottes, daraus heraus, sollen wir dann Gott lieben, ihm dankbar sein, ihm Loblieder singen, nicht als eine fromme Übung, nicht als etwas, womit wir unseren frommen Status beweisen können, vor den Anderen, sondern als eine echte, ein echter Ausdruck unseres Herzens, dass wir Gott dankbar sind für seine Liebe, dass wir ihn so schätzen, dass er uns so wertvoll und kostbar ist, dass er in unserem Leben ist, dass er uns gemacht hat, dass er uns zuerst geliebt hat. Dass er nichts anderes will, Gott. Er möchte nicht irgendwie tote Religion, das ist ihm zuwider. Er möchte unser Herz. Er möchte, dass die Liebe, er selbst ist die Liebe in Person. Er möchte, dass wir seine Kinder sind, darin, dass wir auch voll von dieser Liebe sind. Liebe zu ihm, weil er so wunderbar ist, so herrlich, so gut. Wenn du Gott wirklich kennenlernst, wenn du ihn in Jesus Christus kennenlernst, dann kannst du doch gar nicht anders als ihn lieben. Aber dann auch diese Liebe, die du erfahren hast, einfach umsetzen, auch in Liebe zu den anderen Menschen, die ja auch seine geliebten Kinder sind. Er hat uns so viel vergeben und darum geht es Jesus immer wieder. So wie dir vergeben ist, vergib doch auch anderen. So wie du Barmherzigkeit empfangen hast, so sei doch auch barmherzig mit anderen. So wie du mein Augapfel bist, so lass doch auch andere dein Augapfel sein. Achte sie höher als dich selbst, so wie ich dich höher geachtet habe als mein eigenes Leben. All diese Dinge möchte Gott in uns bewirken. Die Liebe ist die richtige Antwort. Und das ist etwas zum Genießen. Da sind wir eins mit Gott. das ist das, was Jesus gesagt hat. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt doch bitte in meiner Liebe. Die Liebe mit der Gott mich, mein Vater mich geliebt hat, die habe ich euch gegeben, bleibt in meiner Liebe. Das ist das Schönste. Ein Liebespaar. Sie wollen nicht auseinander gehen. Sie küssen sich und wollen nicht aufhören damit. Gott möchte nicht, dass es aufhört. die richtige Antwort ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist die Liebe. Und dann kannst du auch in deinem Reden, wenn es dann darum geht, tatsächlich auch zu sprechen mit Gott zu sprechen oder miteinander. Wisst ihr, wie sich Paulus da manchmal gefühlt hat? Er hat gesagt in Römer 8, wir wissen nicht, was wir sagen sollen im Gebet. Wir wissen gar nicht, wie wir beten sollen. Ich kriege den Mund nicht auf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Aber wisst ihr, was Paulus dann sagt? Aber der Geist hilft unserer Schwachheit auf und vertritt uns vor Gott durch unaussprechliche Seufzer. Ja, wenn du nichts mehr rauskriegst als nur so ein Seufzen, dann übersetzt der Heilige Geist es. Es geht gar nicht darum, dass du die richtigen Worte alle findest, sondern dass dein Herz mit Liebe zu Gott erfüllt ist. Mit Dankbarkeit, mit Lobpreis und Anbetung. Und dann wird er dir die Worte auch geben. Und das hat er uns auch verheißen. Er will uns durch den Heiligen Geist Worte geben, Mut geben, überhaupt zu reden und dann die richtigen Worte auch noch zu sprechen. Das sind Gaben des Heiligen Geistes. reden zu können. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die richtigen Worte zu sagen, die dann auch andere auferbauen, die Liebe auch in einer anderen Form sind, nämlich nicht nur in der Tat, sondern auch im Wort zur Auferbauung dienen, zur Stärkung, zur Korrektur, wie wir letzte Woche gesehen haben. Gott möchte uns mit seinem Geist erfüllen und uns neu brennen lassen für ihn, denn darum geht es um nichts anderes. Ja, so lass uns doch jetzt einfach auch Zeit nehmen. Vielleicht singen wir ein, zwei Lieder und werden einfach vor Gott still im Gebet und suchen ihn und bitten ihn darum. Wisst ihr, ich weiß es nicht, es kann sein, dass der ein oder andere hier voll der Liebe Gottes ist, dann kann er sich einfach, kann er einfach Lob singen und anbeten und Gott danken und sich erfreuen an seinen Geschwistern drumherum und für sie beten. Und wenn du aber merkst, ich habe einen Mangel an der Liebe Gottes in mir, ich bin irgendwie am Erkalten, dann streck dich aus und empfange die Liebe Gottes neu durch den Heiligen Geist. Nimm dieses Wort an, Gott ist für dich, er hat dich zuerst gelebt, er hat all deine Sünde vergeben, er ist der Heiland, in all deinen Schmerzen ist er derjenige, der deine Schmerzen geteilt hat und sie kennt und dich durchträgt. Er ist dein Tröster, lass dich von ihm trösten. Er hat Hoffnung für dich, für dein Leben und für die Ewigkeit. Er ist derjenige, der den Tod überwunden hat, damit du nicht im Tod bleibst. Er ist der Freundliche, der Geduldige, der liebevolle Gott, der dich liebt und der für dich ist. Streck dich aus nach der Liebe. Das sagt er auch in 1. Korinther 14 und sagt Paulus, strebt nach der Jagd der Liebe nach. Jagd der Liebe nach. Und auch den geistlichen Gaben, das ist auch okay, aber jagd der Liebe nach. Amen. Amen.